herzlich willkommen zu einem neuen video zum spiel state of survival in diesem video möchte ich einen kleinen rückblick geben wie wir in unserem letzten wasser event also reservoir raidkampf verloren haben wie hier in dem bild auch sehen könnt und zwar gegen start 528 ich bin ein start 21 das heißt der start ist ein jahr anderthalb jahre sondern im dreh älter als unserer wir haben trotzdem verloren ein grund ist die neue spielmechanik da möchte ich auch ein bisschen darauf eingehen diese momentan in einigen staaten zum beispiel bei mir testen zum beispiel wenn ihr ein gebäude angreift und der gegner verliert das fällt ein teil des wassers was in dem gebäude gesammelt wurde auf den boden und die müsste schnell einsammeln und das ist etwas was meine allianz auch ich falsch gemacht haben deswegen haben wir dann am anfang gut gestartet am ende dann aber doch verloren die hatten auch sehr starke spieler die waren auch ein bisschen mehr spieler gucken wir uns gleich mal darüber an und dieses video soll dazu dienen dass ihr ein bisschen was daraus lernen könnt auch ich daraus lernen kann dass ich das nächste mal besser mache ich werde so ein paar highlights zusammenschneiden bisschen kommentieren das wird jetzt also keine ganze stunde gehen nicht den ganzen kampf ja mal gucken wie das klappt dass ich trotzdem gutes gesamtbild zusammen bekommen wenn ihr da lust drauf habt und ein bisschen was lernen wollt los geht's viel spaß ihr könnt sie anhand der rate punkte sehen die haben 2300 punkte mehr als wir und auch ein paar spieler mehr angemeldet wir waren glaube ich 18 19 und die waren 25 also hier hat der matching algorithmus nicht zu 100 prozent gepasst vielleicht gab es aber auch keinen anderen gegner zu der ähnlich war naja zumindest haben wir hier zu einem 500 start gematcht und ich gucke mir mal die gegner an und sehe schon die ersten sieben achtersterne wenn man guckt der start ist ungefähr ein jahr wenn ich noch ein bisschen mehr jünger und dann sieht man solche spieler dann ist auch schon klar da stecken menge geld drin eine menge power sonst werden wir mit denen wahrscheinlich auch nicht gematcht worden ja dann warte ich jetzt noch hier so ein bisschen wer ja noch an meiner allianz an spieler mit reinkommt wechsel in den reservoir rate shed und dann überspringe ich jetzt mal bis es zum kampf losgeht in diesem kampf hatten wir eigentlich drei starke spieler das heißt wir haben uns entschieden wir gehen erstmal nicht auf die mitte das war letzte mal so taktik und haben von der mitte verschiedene rallies gestartet sondern gehen jetzt noch mal auf die beiden gebäude die am meisten wasser bringen ich porte da direkt hin schickt mein stärkstes a team rein und mein zweites team geht gleich in das zweite gebäude da hinten und dann gucken wir mal wie es läuft wir haben mal wieder nicht eine richtig gute taktik uns überlegt wir probieren es einfach wie es läuft wir haben diesmal auch kein sprachschild gehabt weil wir jetzt einfach so viele verschiedene sprachen zusammen haben das klappt leider nicht mehr so gut und jetzt seht ihr der gegner ist auch hingeportet die greifen mich an zum glück waren wir ein bisschen schneller mein marsch war drin auch schon ein bisschen verstärkt ich schicke direkt noch mal infanterie nach weil die stob der immer am meisten das ist immer ganz wichtig jetzt seht ihr wir sind ja schon zu viel drin die kommen mit einzelangriffen nicht mehr rein wir gucken uns gleich oder ich gucke mir glaube ich gleich mal die berichte an wie stark die sind und ihr seht es auf der karte bisher haben wir die meisten gebäude die großen die wichtigen gehalten das wird sich aber in einem spiel noch ändern genau jetzt gucke ich mir mal an wie was die für fähigkeiten haben und da seht ihr schon rote medaillen komplett rote ausrüstung da komme ich noch lange nicht an das einzige warum meine werte hier besser sind weil ich einfach zwei hellen generation höher habe wir haben generation 8 die haben generation 6 und macht doch klar der staat ist deutlich jünger und deswegen bin ich stärker aber wenn man mal aufgrund der ganzen ausrüstung und medaillen und sowas guckt wenn ich noch sehr viel weiter hinten ist einfach nur die zeit die spielzeit die ich hier als vorteil habe wie wir sehen werden später gibt es bei denen aber so starke dass die selbst mit zwei hellen generationen unter uns uns trotzdem also mich und auch unter anderen starken spieler besiegen ich habe meine truppen dann noch in die anderen gebäude verteilt in dem vorderen gebäude sind wir jetzt hier auch mit drin die haben zwei rallys gestartet aber die sind nicht voll geworden wie wir gleich sehen werden ich schicke trotzdem sicherheitshalber schon mal wieder inf nach man weiß ja nie und gleich werden wir sehen dass ich die beiden halten konnte und im ersten obblick sieht das für uns eigentlich ganz gut aus warten wir es noch mal kurz ab jetzt ist die rallye abgeprallt und ich glaube ich öffne jetzt gleich noch mal den bericht da ist er wir sehen die rallye war nicht voll von daher war da erst mal kann nichts zu befürchten das sieht aber gleich noch deutlich anders aus ich schaue dann mal zu den anderen gebäuden dass da oben haben wir nämlich verloren da kämpfen die ein bisschen und ich schicke da ja auch eine verstärkung hin die fliegt da hin und guckt da so ein bisschen was passiert und da läuft jetzt wieder ein angriff da haben wir uns die dann wieder geholt im ping pong spiel und daraufhin versuche ich dann da in das gebäude noch mal rein zu beschleunigen meine truppen mit rein zu schicken dass wir das gebäude dann auch halten können dass nicht direkt wieder raus fliegt da seht ihr mein cooler flieger kommt angedüst ich weiß gar nicht ob wir es danach halten können gucken wir gleich mal da läuft ein angriff rauf gucken wir jetzt mal rein wie viel drin sind oh wir haben trotzdem verloren naja meine starken teams sind halt woanders drin dann gucke ich mir nochmal an ja der hat dann uns rausgekickt da ist noch eine zweite rallye auf das erste gebäude gelaufen wo ich drin war die war aber auch nicht voll da haben wir das gehalten aber da seht ihr schon mal die stats die ausrüstung das ist schon eine andere hausnummer als mein was nicht dritt oder viert marsch der dann da drin mit drin war wo wir das dann nicht mehr halten konnten bis jetzt sieht es gut aus wir führen mit der doppelten anzahl an punkten hier macht jetzt die mitte auf ich habe ein bisschen vorgespult schicke ein paar infanterietruppen mit hin denn der andere starke spieler hatte geschrieben dass er dort hingeht ich verstärke ihn also nur mit truppen und ja wir haben nicht alle gebäude gehalten aber wir haben die beiden großen wichtigen ich spiele hier noch ein bisschen rein dass die truppen bisschen schneller dort ankommen bisher sieht es immer noch gut aus weil ich aus dem gebäude nicht weg kann weil sonst meine truppen aus dem heraus gezogen werden würden schicke ich jetzt meine anderen truppen noch in die anderen gebäude spiele hier noch ein bisschen mit rein und versuche so möglichst viele truppen in dem gebäude zu haben denn es ist ja das hauptziel aber jetzt werden wir gleich sehen dass sie ihre taktik ein bisschen ändern mehr auf rallys gehen und sich die großen wichtigen gebäude holen die werden wir mehr verlieren und eben dann auch jetzt gleich zu dem punkt kommen wo das thema mit dem wassersammeln aufkommt das heißt wenn man ein gebäude verliert fällt das wasser auf den boden und dann muss man das möglichst schnell aufsammeln aber ich konnte ja zum beispiel nicht weg porten zu den gebäuden um das wasser zu holen weil sonst wäre mein trupp ja aus den gebäuden raus meine starken stats und deswegen mussten das andere spieler machen die haben es aber nicht gemacht haben es vielleicht auch nicht gesehen und dann ja werdet ihr gleich sehen wir spulen nochmal hin jetzt ist der stärkste spieler von denen aktiv geworden wie ihr seht blackjack und jetzt ist genau das phänomen was ich meinte die haben sich das hauptgebäude das hauptreserva geholt und unser wasser liegt da auf dem boden und keiner von meinen allianz leuten geht dahin und holt das ich kann leider nicht dahin porten weil ihr seht ich habe fünf märsche draußen wenn ich jetzt weg porten würde denn es laufen gerade zwei rallys auf meine gebäude wo ich drin bin dann würden wir die auf jeden fall verlieren und deswegen schreibe ich das jetzt glaube ich nochmal genau in chat rein weil das die haben so viel zeit die dinge einzusammeln aber das machen sie nicht der gegner zum glück jetzt auch noch nicht aber die kommen gleich auf die idee das doch mal zu machen und jetzt geht dieser schwenk los es ist knappe halbe stunde noch nicht ganz 38 minuten ist es noch das ist eine der wichtigen neuerungen auf die ihr achten müsst wenn dieses neue system eingeführt wird es geht nicht nur noch darum die gebäude zu halten möglichst lange sondern eben auch dieses wasser einzusammeln was dann darunter fällt wenn der gegner es einnimmt oder auch wenn ihr es einnehmt um dann das wasser von dem gegner zu klauen hier laufen jetzt eine doppel rallye auf das gebäude die erste kann ich noch halten bei der zweiten dann aber nicht mehr und ihr seht auf der karte oben das untere große gebäude haben wir auch verloren das heißt jetzt kommen sie langsam in den schwung und kicken uns aus den gebäuden raus und das wasser was jetzt gleich wieder hier runter fällt das haben wir wieder keiner von uns ein ich kann nicht weil ich habe sechs märsche draußen wie ihr seht ich versuche jetzt hier noch was zurückzurufen die verstärkung aber kommen mir nicht so richtig klar und der gegner sammelt hier ganz genüsslich dann das wasser ein was wir halt ersammelt haben und das ja nimmt halt der geschichte seinen lauf jetzt ist der punktestand von fast gleich ich porte daraufhin zur mitte weil wir uns geeinigt haben dass wir versuchen die mitte wieder zu holen dass wir also doppel rallye starten weil alleine kommen wir nicht durch macht dann zwei minuten mit meinem stärksten team und versuche dann mit meinem zweitstärksten team das gebäude dort nochmal zurückzuholen auch wenn ich weiß dass wir nicht so viele chancen haben aber vielleicht sind ja geschwächt oder die stecken nicht genug verstärkung mit ins gebäude rein und ja naja wir probieren es einfach aber wir werden gleich sehen dass wir selbst mit einer doppel rallye ja die war nicht perfekt getimt aber abprallen und dann selbst mit zwei angreifen hintereinander weg sodass diesen blackjack spieler den stärksten spieler nicht aus dem gebäude raushauen können jetzt sehen wir hier gleich unsere rallye ankommen erst war halo dran die ist ja gerade abgeprallt und ein paar sekunden später kommen meine wie gesagt war nicht perfekt getimt die konnten noch mal ein bisschen infanterie nachschieben aber hier seht ihr mal die welt design rallye war nicht mal voll nicht mal eine million truppen mit drin komplett rote medaillen und der hat schon tausende werte er hat auch noch den joker hält und da sind unsere beiden rallye nacheinander abgeprallt gleich kommen meine hier in sechs sekunden ich glaube wir können uns gleich mal die werte angucken und gegen solche spieler kommen wir dann einfach nicht an kannst du machen was du willst so jetzt haben wir hier meinen angriff der hatte nur noch 700.000 drin ich habe schon 1200 prozent werte als inf und trotzdem ist das nichts geworden ich habe jetzt mal ein bisschen vorgespult es ging immer hin und her ihr seht wir konnten wieder die kleineren gebäude oben und unten zurückholen ich mache auch die ersten solo angriffe hier und versuche ein paar truppen von denen zu schrotten denn wenn ihr mal guckt wir sind 18 spieler und die sind 25 also da sieht man auch dass die einfach ein bisschen mehr truppen zur verfügung hatten die versuche ich ein bisschen zu dezimieren wir geben unser bestes aber es reicht nicht unter anderem eben auch weil wir nicht genug wasser sammeln die ganzen tanks die rumstehen die kommen immer schön aber ja ich weiß nicht ob ich irgendwie mal die karte nebenbei noch mal zeige da sind einfach viel zu wenig von unseren truppen drin und deswegen haben wir jetzt hier schon 180.000 zu 260.000 nur noch wasser und auch die anzahl was wir sammeln ist nur bei 4000 und bei denen ist es schon bei über 6 das reicht leider nicht mehr um am schluss zu gewinnen die letzten minuten habe ich dann noch ein bisschen spaß ihr seht ihr satan habt über eine million truppen habe ich nicht geschafft aber dann bei 800.000 schon das ist natürlich der vorteil der hatte hier nur schlechte helden zu hause und dann aber auch der start ist natürlich sehr viel jünger und die kleineren spieler die jetzt kein geld ausgegeben haben die dementsprechend nicht so stark sind da haben wir jetzt hier den vorteil dass wir die solo einfach platt machen können bringt uns nichts mehr zum gewinnen die wasseranzahl holen wir nicht mehr ein aber naja ich habe ein bisschen spaß die letzten minuten laufen ich gucke noch mal auf die karte jetzt könnt ihr sehen da sind lauter wassertanks die nicht besetzt sind der gegner zum glück momentan auch nicht aber das sind die letzten minuten die wollen sich schon punkte holen davor war die karte fast komplett rot und wir haben uns hauptsächlich um die gebäude gekümmert ihr seht wir haben auch immer noch die mehrzahl der gebäude aber das reicht mit dem neuen spielmechanismus einfach nicht mehr aus so jetzt habe ich hier noch ein bisschen spaß die letzten zwei minuten versuche ich noch ein gebäude zu holen knüppel alles drauf was ich habe sony brennt dann nebenbei auch ein paar andere spieler ab und ich glaube ich komme da auch direkt rein genau und jetzt fällt wieder das wasser drum rum ich versuche das ein bisschen einzusammeln aber zack guck mal da kommt direkt der andere spieler und holt sich das schneller also das ist wirklich eins was ihr hier draus mitnehmen ist dieses wasser was runter fällt ist sehr sehr wichtig ich versuche hier das ein bisschen einzusammeln naja im prinzip war es sinnlos gewesen ich wollte es einfach mal ausprobieren wie das funktioniert und dann hatte ich irgendwie lust den nochmal anzugreifen und mal zu gucken ob da mal ein paar truppen drin sind weil das war der der mich schon die ganze zeit geärgert hat der ist ähnlich stark wie ich gucke einfach mal ob er noch truppen drin hat ziehe jetzt sogar noch meinen stärksten trupp wieder raus aus dem gebäude und bei ihm mal ein bisschen anklopfen zu gehen weil ich habe noch relativ viele truppen dann sieht man aber okay 1,3 millionen das habe ich mir dann doch geschenkt damit sind wir bei unserer niederlage hier angekommen was mein fazit es ist sehr 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 wichtig dass ihr euch um das wasser kümmert was aus den gebäuden rausfällt wenn der ein oder der andere das gebäude verliert und dass ihr da wirklich schnell seid bildet am besten ein team oder so was sich nur darum kümmert die viele porter im rucksack haben geht vielleicht den sprachschild wenn ihr das schafft wenn ihr eine einheitliche sprache habt oder sonst versucht es mit englisch und kümmert euch auch um die wassertanks ich kann es nicht oft genug sagen die wassertanks haben den vorteil dass sobald eine truppe nur drin ist das reicht völlig aus das wasser schon gesammelt wird und ihr es auch nicht mehr verlieren könnt wenn euch jemand daraus kickt was gibt es sonst noch zu sagen ja das matching mit einem sehr viel jüngeren start habt ihr gesehen hat trotzdem fand ich einen guten kampf geliefert deren stärkste war ein bisschen stärker als wir dafür sind die anderen spieler halt nicht so stark also wie ihr gesehen habt ich konnte teilweise die leute mit zwei drei angriffen solo platt machen einfach weil die nicht so viele starke helden haben von daher muss ich sagen finde ich geht in die richtige richtung das kampfpunkt system ein bisschen mehr könnten sie es noch angliedern meine empfehlung wäre so ein bisschen zu gucken was haben die stärksten spieler in stats und einfach die stärksten spieler zusammen zu werfen aber das ist ein komplexer algorithmus ich will da nicht zu viel drum herum reden ich finde es geht in die richtige richtung ich hoffe es war ein bisschen interessant ihr habt ein bisschen was gelernt ein bisschen unterhaltung gehabt damit verabschiede ich mich danke fürs zuschauen wenn es euch gefällt gerne daumen da lassen und dann hören wir uns beim nächsten mal wieder wahrscheinlich dann erst im neuen jahr bis dahin alles gute bleibt gesund kommt gut rein und bis bald ciao